Willkommen zu einer kleinen Runde War Thunder. Heute machen wir mal ein bisschen anderes format, weil ich starte direkt in der Runde, bin gerade reingegangen, Panzer 3,7 als Kampfeinstufung und ja. Wir haben aktuell unseren ersten Tiger freigefahren. Bin heute schon ein bisschen gefahren, streamen und so weiter und ihr kennt ja das Spiel zuerst ein kleines Video. Falls euch der Stream weiter interessiert, kommt einen Tag später das große Video vom Stream raus. Gut. Wir werden mal sehen, was wir heute hier ausrichten können. Was wir heute schönes machen können. Und ja. Wir sehen, welche Gegendammer wir heute hier treffen. Ich bin gespannt, was wir heute hier antreffen. Achja, würde uns hier jemand nerven? Kann natürlich gerne vorbeifahren, wenn das nötig hat, sich schnell abschießen zu lassen. Hatte vorhin ne Runde gefahren, wegen, äh, ja, mit meinen Leuten zusammen, aber die sind jetzt alle Stück für Stück teils offline, teils, ja, haben, wollten nochmal mit den Holtgas gehen oder so. So ne Geschichten halt. Sind sie offline gegangen und ja. Ich hoffe, die kommen dann im Laufe vom Stream nochmal wieder zurück und fahren mal mit denen natürlich weiter. Und ich hoffe, wir werden auch in der Runde so gut wie die anderen Runden sein. Weil in den letzten Runden lief es eigentlich recht gut, deswegen habe ich mich auch wieder entschieden, dass wir nochmal, dass ich jetzt nochmal ne YouTube-Aufnahme mache, weil sonst wäre heute eigentlich keine gekommen. Jo. Okay. Auha. Toll. Und ich wollte grad schön drauf feuern. Da ohne Einer. Ja, ja, guten Tag. Ich muss jetzt erstmal schnell den Schützverschluss reparieren. Den hat's gerade leicht erwischt, wie ihr seht. Hier ist gar nicht. Hier. Der Orangene. Die Besatzungsmitglieder sind aktuell schon tot. Und ja. Leider sind die Besatzungsmitglieder jetzt schon bei uns entfallen. Nicht gut, aber leider ist es so. Jetzt haben wir den Besatzungsmitglieder geben können. Ich hätte auch gern den Punkt hier mit einnehmen, aber... Ja, da verbietet es mir gerade so ein paar Panzer auch. Schön. Ja, bleib schön davor stehen. Kleine Minute. Zack. Oh, haben wir ihn auch gut erwischt. Oh. Unser Arsch gerettet hat der gerade. Weil der... Der wäre gerade gefährlich geworden. Na gut, ähm... Ja, so. Ich würde mich mal hier hinstellen, weil hier kann ich nämlich meinen Zusatzbesatzungsmitglied rufen. Und es fährt sich nochmal besser, wenn ein paar mehr Leute auch da sind. Gerade wenn man auch von der Besatzung her vielleicht noch irgendeinen zum Laden oder so hat, das ist schon ein leichter Vorteil. Ja. Ja. Von hinten. Scheiße. Komm schon. Komm schneller hier laufen. Aber der kann uns ja eigentlich jetzt hier nicht so gut erreichen. Gott. Oh, damit haben wir... Oh, wir haben einen wieder zurückgeholt. Von unseren Besatzungsmitgliedern. Okay. Reicht mir auch. Ach, nö. Kleine Mücke in der Seite. Au. Ja. Toll. Belebt mal meinen Schützen wieder. Das kriegen die aber irgendwie nicht auf der Reihe, oder? Hehehe. Jetzt bist du mir fast vor der Flinte gerauscht. Zack. Jetzt steht er auch mal. Oha. Was kommt denn da von der Seite angerauscht? Ah, Crusader. Na ja. Dann... fahren wir mal einfach... mit der Stuck los. Ah, Abschlusshilfe. Unser Team macht was. Jetzt werde ich mal sehen, dass wir C kriegen. Dann runter auf B. Wenn unser Panzer das dann noch zulässt. Und dann, äh... das mal rüberfahren auf A. Und dann... Ja. Das ist alles schon... immer von der anderen Seite. Druck. Ja. 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 Ey. Der nervt. Ich kann so nicht schießen. Ich kann mich auch so nicht wehren. so ziemlich uncool. Aber... Hey. Ich kann meine Panzerung weiter anwinkeln. So, dass der nämlich noch machen kann. Und darauf hoffen, dass nämlich... welchen Teammitglieder... ihr Übriges dazu tun. Nein. Das ist jetzt natürlich sehr uncool. Weil ich ja natürlich jetzt so sehr viele Leute auch... Hohohoho. Hohohoho. Ah. Ja. Wir konnten uns aber noch gut halten dafür, dass der uns im Arsch schaß. Gut. Dann fahren wir unser Marder. Wenn mein Gutschein... will ich nicht unbedingt gleich einlösen. Ah. Natürlich werden wir jetzt hier auf das andere Cap gespawnt. Wieso auch immer. Ah. Auwa. Da kommt der noch durchgerauscht. Mit vollem Zorn hier. Zack. Gehen wir noch mal in. Steh. Gut. Braver Panzer. Da war schon mal brav. Auf. Der hat ein Vorhörner. Doch nicht. Weil ich würde es vergessen. Gerade zu ist was. Gerade zu. Gerade zu. Nein. Gerade sch... Schade. 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 macht er heute auch noch mal auf da und cool ich weiß gar nicht wieso ich wieder so hoch bin mit der statistik und die anderen alle ja ich wollte einstiegspunkt 2 rein aber da sind sie mal gerade verreckt und wir schauen jetzt mal sie nämlich in der richtung der gleichen feind sein ja komm da ist er guter panzer gute kleine flack gute kleine flack so da würde ich jetzt gern durchpassen will ich natürlich mal sehen ob es schaffe und ja wundert euch nicht dass der stream danach kommt also nicht der komplette stream ist weil wie gesagt wenn ja davor noch ein bisschen was die farbe ich kann dir mal plan Er ist C selber. Ich muss hier auch mal hinter mir gucken, dass da gerade einer kommt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir hier gleich neben uns auf einmal einen Hamm, der uns wegknackt, oder ob wir hier wirklich noch schaffen, das zu cappen. Das war ja klar. Das war ja arschklar, dass seine Artillerie vorher kommt. Soll ich doch einen Gutschein einlösen? Ich mach mal mit denen, mit denen ich die meisten Chancen noch hab, was hier zu reißen. Ah, toll. Reingekommen und tot. Nein. Also wenn ich jetzt Bester bin, dann könnt ihr ja nicht sagen, dass das am liebsten. Also am liebsten. Jedenfalls... Ich zeig' euch das noch kurz. Hier ist das Brunstück. T-Shirt in meiner Garage, gekauft. Und ja, der nächste ist in Arbeit, wie ihr seht. Und dann gibt's auch endlich 5,7 bei mir. Damit bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Es wird kein weiteres Video geben, hab ich jetzt gerade mir überlegt, weil... Äh... Ich hätte noch eine halbe Stunde Zeit. Und da... Ja... Bringts kein weiteres Video noch schnell anzufangen. Vielleicht schaffe ich noch eins dann unter der Woche irgendwann mal zu drehen. Und wenn nicht, verzeihe mir einfach. Gảng 작 Nagel 7